Die 90. Minute läuft. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Lust auf mehr hier heute. Freitagabend ist noch ein langes Wochenende dran, wieder unsere etwas deprimierten Seelen hier zu kühlen. Oh je. Einwurf wird jetzt ausgeführt. Natürlich lassen sie sich Zeit. 90 Minuten sind jetzt auch rum. Einwurf hat nichts eingebracht. Tja, das war es. Keine Punkte für den FC Hansa Rostock. So, jetzt läuft die Nachspielzeit. Schiedsrichter hat sechs gelbe Karten verteilt. Das passt zu seinem Schnitt jetzt nochmal. Das kann das Stefanovic nach vorne. Abgefälscht im letzten Moment. Wieso? Mit dem Fuß dazwischen. Der nächste Angriff des FC Hansa. Das war Schönemann. Die Mannschaft versucht es auch nach dem 0 zu 2 unverdrossen hier wenigstens noch den Ehrentreiber zu schaffen. Jetzt Max Christiansen auf Tiefen Ruprecht. Tiefen Ruprecht mit dem langen Ball links raus. Auf Ziehmer. Der verlängert ihn nochmal. Zu Mucki. Kein Abseits. Mucki, den musst du machen. Den musst du machen. Den musst du machen. 2 zu 1. Jawohl. Aber bringt das noch was? Die 92. Minute. Das 2 zu 1. Der Anschusstreffer für den FC Hansa Rostock. Und das ist sowas von verdient. Wie viel Nachspielzeit haben wir jetzt noch? Der Schiedsrichter hat nichts angezeigt. So, Herr Treiber. Jetzt zeigen Sie mal, dass Sie noch ein guter Schiedsrichter sind und machen hier noch 2-3 Minuten oben drauf. Weil endlich ist einer der sehr ordentlichen Angriffe für den FC Hansa Rostock hier im Tor gelandet in der 90. Minute. Mustafa Kucukowitsch mit dem 2 zu 1. Der VW aus der Brücke versucht natürlich, jetzt dieses Ding irgendwie hier nach hinten noch reinzumummeln. Wir schlagen den Ball weit nach vorne. Und Pommes jetzt schnell mit dem Abschluss dort auf Steven Ruprecht. Steven Ruprecht treibt den Ball, spielt den Ball weit nach vorne. Und Alexander Zervanovic wird dort zu Fall gebracht, aber er kriegt den Freistoß nicht. Wieder zurückgespielt. Steven Ruprecht gewinnt das Kopfballduell. Denn es ist dann so weitlich. Läuft dort mit zurück. Und jetzt muss es natürlich schnell gehen. Der Schiedsrichter zeigt an. Nein, es wird noch weitergespielt. Zeigt er 2 Finger nach oben. 2 Minuten also noch. Sascha Schüdemann vorne wieder. Muss aber gut. Cukovic kam dann nicht an den Ball. Aber Stefanovic. Stefanovic hat ihn. Spielt rechts raus. Auf Bickel. Bickel mit der Flanke. Wird nochmal die Flanke. Und Mucki. Mucki. Mach ihn. Was soll denn das? Was war denn das? Hey, aber was war das jetzt für ein Pfiff? Weswegen pfeift er hier irgendwas? Der Schiedsrichter zeigt noch einen Finger. Er sagt, eine Minute wird noch gespielt. Abschluss hier von Heuer Fernandes. Und er lässt sich natürlich verständlicherweise sehr, sehr viel Zeit mit dem. Der Schiedsrichter. Ja, ich versuche mal die Geste. Er sagt jetzt weiter. Es geht weiter. Der macht jetzt auch den Abschluss. Natürlich macht er ihn nicht. Ist ja klar. Wird nur halt nach vorne gebolzt. Noch werden keine Anstalten gemacht. Er ist dann so weitlich mit dem Kopfballduell gewinnt. Jetzt irgendwie den Ball weiter mit nach vorne. Max Christiansen. Jetzt wollen wir das sehen. Der Schiedsrichter zeigt Vorteil an. Max Christiansen liegt am Boden. Julian Jakobs nach vorne. Und im Strafraum rausgeköpft. Stefanovic gewinnt den Ball. Gewinnt ihn nochmal. Wird umge... Freistoß! Freistoß! Das ist die letzte Möglichkeit. Freistoß! Und jetzt muss Pommes mit nach vorne. Wir stehen hier auf. Ungefähr 30 Meter Torentfernung zentral. Wird Alexander Stefanovic hingelegt. Und alle, alle gehen mit nach vorne. Auch Johannes Brinkis. Nur Julian Jakobs bleibt dort als letzter Mann hinten. Stefanovic legt sich den Ball zurecht. Er wird nochmal mit Freistoß eingenäbelt. Und jetzt Helmer hält sich die Hände vor den Mund. Und macht schon hier das Beten mit rein. Jetzt sind wirklich 22 Mann fast im gegnerischen Strafraum. Und Stefanovic hat den Ball zurecht. Der Schiedsrichter zeigt an. Es wird die letzte Aktion um. Jetzt sind hier schon 93, 94 Minuten rum. Stefanovic lässt sich immer noch Zeit, weil der Schiedsrichter hat den Ball natürlich nicht freigegeben. Und da ist natürlich ein Massenauflauf. Ein Gedränge vorne mit bei. Und lieber Alexander Stefanovic, jetzt zeig doch mal, dass du diese Verpflichtung wert bist. Maring mit deinem goldenen Füßchen den Ball auf irgendeine Rübe da vorne. Der Ball ist freigegeben. Stefanovic rein. Kommt Ball. Und das Ding ist drin. Ja, 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 das Ding ist drin, das Ding ist drin, das Ding ist drin. 2 zu 2, ja, danke, danke, lieber Fußballgott, 2 zu 2, ja, bis, ja, bis, ja, bis, Tor, Tor für den FC Hansel Rostock. Danke, lieber Fußballgott, das ist so gerecht, das ist so gerecht. Das ist so gerecht. Das ist so gerecht. Mustafa Kucukovic, kriegt auch noch die gelbe Karte. Das ist uns so was für scheißegal. 2 zu 2. Ja, wir verarschen euch nicht. Es steht wirklich 2 zu 2 hier im Stadion. Oh mein Gott, ist das ein geiles Spiel. Der FC Hansel Rostock ist da. Er lebt, er lebt. Wir sind wieder da, FCA. Wer war's eigentlich? Mocki. Mocki? Jawoll. 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 Alter. Ja, ist das richtig. Ist das geil hier. Und es ist sowas von verdient, dass dieser VfL aus Nahrbrück hier heute nicht als Sieger den Platz verlässt. Wenn es heute eine Gerechtigkeit gab, das ist, dass diese Mannschaft nicht gewonnen hat. Und unsere Mannschaft hier sensationell in den letzten Minuten. Alter, ist das geil hier. Meine Tore in der Nachspielzeit für den FC Hansel Rostock. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, Helmers, ist das ein Erlebnis. Ist das ein Erlebnis. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Mann, war das sowas von gerecht, ey. Oh, jawoll. Jawoll. Das Spiel ist natürlich längst abgefiffen. Ich weiß nicht, ob Helmers gesagt hat. Sofort danach wurde das Ding abgefiffen. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Was für ein Wahnsinn hier. Danke, lieber Fußballgott. Danke, lieber Fußballgott. Danke, halt Danke, 받eté. Untertitelung des ZDF, 2020